Die USA haben erklärt, dass sie Beweise dafür haben, dass Nordkorea mindestens 3000 Truppen nach Russland geschickt hat und fügte hinzu, dass es eine sehr besorgniserregende Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie in der Ukraine kämpfen werden. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bezeichnete die Verlegung als weiteren Schritt, nachdem Nordkorea zuvor Russland Waffen angeboten hatte und fügte hinzu, dass Pyongyang Konsequenzen für seine direkte Unterstützung Moskaus drohen könnte. Er gab keine Einzelheiten bekannt und erklärte, dass Analysten die Situation bewerten. In der Zwischenzeit sagte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, dass die USA glauben, dass die Soldaten mit dem Schiff nach Vladivostok, dem größten pazifischen Hafen Russlands, in den frühen bis mittleren Oktober gereist sind, so Skynes. Diese Soldaten reisten dann zu mehreren russischen Militärübungsorten in Ostrussland, wo sie derzeit trainieren. Wir wissen noch nicht, ob diese Soldaten an Kämpfen zusammen mit der russischen Armee teilnehmen werden, aber das ist sicherlich eine sehr besorgniserregende Wahrscheinlichkeit, sagte Kirby. In der Zwischenzeit erklärte Austin, dass, wenn nordkoreanische Truppen Mitkämpfer mit der Absicht sind, Russland in der Ukraine zu unterstützen, dies eine sehr, sehr ernste Angelegenheit ist. Es wird Auswirkungen nicht nur in Europa geben, es wird auch den Indopazifik betreffen, fügte er weiterhin zu. Es wird berichtet, dass der Leiter des südkoreanischen Geheimdienstes zuvor den Gesetzgebern mitgeteilt hat, dass nordkoreanische Truppen in Russland ausgebildet werden, um Drohnen und andere Ausrüstungen zu verwenden, bevor sie auf den Schlachtfeldern in der Ukraine eingesetzt werden. Südkoreanische Geheimdienstbeamte glauben, dass Pyongyang plant, bis Dezember 10.000 Soldaten nach Russland zu schicken.